Ich schätze nur. Ein kleiner Witz, um dich fröhlich zu schritten. Ha ha. Ha ha. Ich liebe das, Alter. Diese... Diese gefakten Emotionen bei... irgendwelchen KI-Bots. LOL, die sitzen alle hier. Wie geil ist das denn? Etta klingt Zuflucht. Oh, damn it. Ich sehe einfach nichts hier, ey. Was? Sevent ist gescheitert. Aber es war doch noch Zeit. Jetzt. Jetzt. Warte, was soll ich machen? Ah ja, genau. Ich muss den grünen... grünen Balken immer folgen. Oh, das war nichts. Ja, ich bin schneller. Nein. Alter, das ist so... Das ist so arschig, ey. Wie schnell... Wie schnell soll ich denn da sein? Nein. Du bist so viel zu schnell. Das schafft... Das schafft man nicht. Wahrscheinlich muss ich erst eine Mastery-Skill dafür, ne? Komm, ich war auch... Ja. Nice. Schildkröten-Power. Jetzt. Jetzt auf die Gyros. Nein. Nein. Sag jetzt nicht, ich sterbe. Nein. Oder müssen nur die gekillt werden mit dem Symbol über den Kopf? Ja, es sieht gut aus. Nice. Ja, wir haben ihn. Oh. Verdammener Jade Behemoth. Setzt Replikatoren ein. Erhöht Schaden durch Absorption von Funken. Oh. Am besten nicht in diese Elektrofelder stehen. Das macht ganz doll Aua. So erklärt man auch übrigens jede Raid-Boss-Mechanik. Das macht ganz doll Aua. Und wenn der Bum-Bum auf dem Boden macht, dann muss man Rolli-Rolli machen. Oh nein. Das Aua-Aua hat begonnen. Alter, der Waldi ist so schlecht, man. Der Waldi geht immer auf Klaus. Lass mich raten. Da kommt er. Da kommt er wieder. Nix da. Heute gehst du nicht zu Klaus. Oh, das war's schon wieder. Ja. Wo ist meine Belohnung, Alter? Wer bist du denn? Ich brauche ein Nickerchen. Nur ganz kurz. Wunderbar. Aber sonst geht's dir gut. Du siehst so traurig aus. Mir geht's gut. Danke. Okay. Sie hat wirklich auf meine Frage geantwortet. Willst du ein Date mit mir? Ich find dich heiß. Nee? Soll das Nein sein? Äh. Hä, was? Sag nicht, ich muss jetzt durch diese Tür da. Sag nicht, das ist jetzt hier irgendwie buggy. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht, Bro. Achtung, alle Einheiten. Verdächtige Aktivität in der Kunde. Nein. Über die Brücke auf die andere. Mann, ich bin so dumm, Alter. Ohne Witz. Juck. Ohne Jump. Let's go. Ihr könnt's schaffen. Okay, Jungs, das ist mir zu blöd. Was? Was war das jetzt? Fuck. Fuck. Mein Leib. Bist du jetzt da offen? Ich fand, du warst schon immer ein sehr cooler Super-Schorke. Ohne Nachrichtensprechung. Hier bin ich. Hier bin ich. Vor allem, das geht sogar. Hier bin ich. Okay, jetzt ist auch mal gut. Wer klopfte nur einmal? Junge. Gute alte, äh, dreimal klopfen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich nehme mal die hier Granate, äh, die Granate mit den Lasern. Vielleicht macht ihr ein bisschen mehr Damage. Ich habe es schon wieder nicht hinbekommen. Ich bin zu blöd. Jetzt wird er wieder nix, oder? Doch, jetzt, nehm, blauen nach unten. Nein. Alter, was zum Fick, Junge. Nein, verdammt, es reicht. Ich habe genug. Ich hasse diesen Scheißort. Okay, jetzt einfach alles kaputt machen. Ja, Mann. Ich habe genug. Dir reicht's. Ihr Scheiß, ihr. Umwerfen. Ich bin Hulk. Okay, wir können jetzt echt zur Sache gehen. Ja, let's go, Mann. Oh, gleich einen Korb bekommen. Oh, die Frau am Steuer. Das kann nicht gut gehen. Ja, so. Ich habe es doch gewusst, Mann.